Und da sind wir wieder zurück zum Paddel. Wir müssen da durch. Jetzt haben wir nicht drauf. Passt. Jetzt müssen wir uns da drauf vorstellen. Nur jetzt. Ja. Also, jetzt. Passt. Passt. Was habe ich getan? Falsch. Das war genau das falsche Paddel. Ich glaube ich bin zu blöd für das Spiel. Ja. Das Blaue ist oben. Das heißt, ich schieße jetzt das Orange runter. Rüber. Und wieder ins Blaue hineinklacken. So. Und wir haben es geschafft. Ich kann es nicht glauben. Freiheit. Okay. Da runter. Da runter wahrscheinlich. durch. Ja. Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwann können wir darüber lachen. Und lachen. Und lachen. Ja. Oh Mann. Tja. Kommen Sie doch einfach zurück. Jetzt habe ich jetzt drauf geschossen. Zufall. Aber irgendwas stimmt da nicht. Mir konnte nicht so liegen. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Ja. Wenigstens zerquetscht. Platsch. Verdammt. Aber so funktioniert es. Und ich darf mich nicht zerquetschen lassen. Mal an der richtigen Stelle. Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwann können wir darüber lachen. Und lachen. Oh, wieder was geschafft. Oh Mann. Tja. Kommen Sie doch einfach zurück. Help. Oh Mann. Kepitää. Ihr verdammt. Fahrer hoch. Sie sind erfüllt. Lass mich runter. Ich verzeihe dir. Wer da geht? Zielsoption. Ich hasse dich nicht. Nicht. Weg mit dir. Ziel verloren. Ja, das hilft doch. Nein, nein, nein. Aber wie komme ich da wieder raus? Alter. Sie sind kein guter Mensch. Das wissen Sie, oder? Gute Menschen landen nicht hier. Hören Sie mich? Ich bin ein guter Mensch. Hallo? Steck jetzt. Nenn. Danke. Ja. Geht sich das aus? Ja, sehr gut. Was soll da? Suche. Ich will runter. Sitzt es hier. Wieso? Oh, hier. Okay, ich muss irgendwo runter springen. Oh, von wo? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist Ihre Schuld. Es musste nicht so kommen. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte Sie. Ich töte Sie und der ganze Kuchen ist weg. Das ist Ihnen ganz gleich. Stimmt's? Das ist die letzte Chance. Was ist das jetzt? Ich weiß schon, was zu tun ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Gut, wenigstens ist das logisch für mich nicht so wie die Sachen davor. Der eine Raum, der uns da so lange aufgehalten hat. So, die ist offen. Over here, okay. Ich muss mich darauf kommen, verdammt. Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Ja, das ist mir so. Okay, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich komme. So ein kleiner dummer Scheißraum schafft es, dass ich nicht weiterkomme. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich weiß nicht, ob ich das nachdenken kann. Ja, ich habe es irgendwie reingeschafft, reingepackt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das nachdenken kann. Ja, manchmal hängt das halt, keine Ahnung warum, ich das nur wenn ich aufnehme. Ich wollte sagen, wir sind in die Abwasserkanäle. Wo war's jetzt? Jetzt sind wir da in der Scheiße. Wir können irgendwie nichts machen. Wo bin ich denn da jetzt rausgekommen? Wehe, komm, sterben doch. Ich bin die Siegdase. Hallo? Wo? Suche? Schlafmodus aktiviert. Wo? Schlafmodus aktiviert. Schlafmodus aktiviert. Schlafmodus aktiviert. Oh oh, viel Funktion. Wie ein Labdor für mich. Und tschüss. Bitte, lass mich runter. Ich hasse dich nicht. Na bumm. Ob ich das jemals schaffe bis darauf? Das macht nichts. Wir haben es trotzdem geschafft. Und nur um das geht es. Ich muss mich immer fragen, wieso? So war Rausch, habe ich rüber geschossen. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Ah, nicht rein. So, vielleicht jetzt. So, ich habe fast rüber geschossen. Du wirst ja auch gelöst werden. Tja, da sind Sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz Ihrer Gewaltbereitschaft ist Ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien Sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt es eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment aus Zeit. Das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfällt? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Wo gehen Sie damit hin? Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Sie machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz-Notverbrennungsanlage geworfen? Das ist ja wohl das blödeste, das je... Oh, wow, wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethik-Kern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Hm, der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja. Wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Habt Schuhe für Weisen genäht. Super hingekriegt, Sie hält. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich schlimm. Ich verstehe es auch da irgendwie gerade gar nicht. Nicht. Vielleicht könnte ich mich da raus ploppen lassen. Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Das war's. Ich hab genug gefordert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Wie war das? Sagten Sie etwas? Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Genug geredet. Sieg gut, sieg gut. Jetzt wird's mal zu blöd. Sieg gut, sieg gut. Was ist denn jetzt? Was ist denn das Scheißteil hingeflogen? Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt. Da oben. Sorry. Wer bist du? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Uh, da sind ja Zahlen drauf. Hey, sieh dir das an. Nein, das andere. Uh, was ist mit deinen Beinen? Wo gehen wir hin? Kommst du her? Was ist das? Was ist das? Es geht sich nimmer aus. Ich, ich geh mich schnell töten. Damit, damit ich nicht noch mehr Zeit leech. Geht schneller. Ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Hm, der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Weisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich, Stimms. Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Lohnen Sie? Das war's. Ich hab genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Wie war das? Sagten Sie etwas? Ich weiß nicht, was das hat. Das hat irgendwas? Ich muss genau das Ding... Ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Hm, der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Ach komm. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Weisen genäht. End. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich schlimm. Oh, da sind jetzt Zahnen drauf. Hey, seht ihr das? Riecht es hier angebrannt? Oh, was ist mit deinen Beinen? Oh, Sie glauben mir zu schaden. Zwei plus zwei ist... Zwei. Mir geht's bestens. Ich hab Sie bisher überleben lassen, weil... Tja. Ah, den Teil von mir haben Sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in Ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass Sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für Sie geben. Eine große Party mit all Ihren Freunden. Ich habe Ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil Sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil Sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in Ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand... Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Scherz. Als ich Neurotoxin tödlich nannte. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Für mich. Sie dagegen, wegen seiner Tödlichkeit weit weniger müsste ich finden. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie. Tja, Sie verschwenden Ihre Zeit. Und Sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben. Dann sollten Sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich hab Ihren Gehirnscan mit Backup, falls Ihnen es... Und dann... ...fällt... ...direkt ab. Ich darf mich nicht zerstören. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo? Das sind Sie. So blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben. Und wir auch. Sie sind nicht zuck. Sie sind kein Forscher. Sie sind kein Doktor. Sie nehmen mich mal Vollzeit angestell. Was haben Sie durchfächter mal? Schauen Sie jetzt auf den Kuchen? Ich hoffe, es muss nur so, die Frau war. Und die Doppel haben Sie. Okay. Wir sind im Licht. Ich bin jetzt wieder tot. War das ein Fehler, um ins Portal zu gehen? Ich bin jetzt ein Fehler, um in den Kuchen zu gehen. Ich bin jetzt ein Fehler, um in den Kuchen zu gehen. Das war's für heute. Das war ein Triumph. Ui, das ist sicher Copyright geschützt. Okay, leider. Ich muss jetzt einfach so mittendrin beenden. Aber wir sehen uns dann. Falls noch was kommt, seht ihr sie. Ansonsten bis dann. Euer Zlawos. Tschüss. Dankeschön.